Hallo, zurück auf diesem Channel. Gehen wir euch immer noch nicht auf den Sack, schön. Dann? Schade, wir müssen uns mehr anstrengen. Heute ist der vierte. Ja, Dezember. Trautag, Herrtag und das sind unsere Adventskalender. Wir beginnen mit, ich beginne jetzt mal mit weiß. White Chocolate von Kinder. Meine Lieblingsschokolade fast. Gestern waren wir ein bisschen enttäuscht, aber heute ist der vierte. Ja, und täglich grüßt das Mummeltier. Ein Kinder-Schokobon in weiß. Mega, mega, mega. Die schmecken wirklich geil. Da kann ich ganz backen. Ich mache mit Osman weiter. Osman Gewürze. Gewürze zum selber backen und kochen und essen. Ein, was können wir kochen? Ein wärmender Eintopf. Ein wärmender Eintopf. Rezept für Kartoffel-Möhren-Eintopf. Einmal Eintopf, bitte. Dann greife ich mal nach hinten in die Nüsse. Von hinten in die Nüsse. Seeberger, die Nummer vier. Was meinst du Mandeln wieder? Cool wäre ja jetzt langsam mal was anderes. Ja, stimmt eigentlich. Aber hier ist die vier. Wer weiß, wie viele verschiedene Versionen es von Mandeln gibt. Und es sind? Ah, okay. Es sind diesmal 30 Gramm drin. Cashews, Erdnüsse und? Mandeln. Mandeln. Oder? Oder Erdnüsse? Cashew, Erdnüsse und Mandeln anscheinend. Das mit den Mandeln tippt sie trotzdem ein bisschen durch. So, die Gusto, Nummer vier. Da oben. Korma Currypaste, Mildservices 2. Was ist denn eine Currypaste? Ah, cool. Kann man Indisch kochen. Oder einfach den Reisnei und den Hähnchen. Dann ist das auch indisch. Sehr cool. Perfekt. Bisher können wir alles brauchen. Dann schauen wir mal. Die Nummer vier. Du hast Angst vor der Zukunft? Sie auch vor dir. Gut. Das war's mit Tag vier. Bis morgen. Mach das bloß weg. Tschüss. Bloß weg.